Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts und bevor ihr irgendwas in die Tasten haut, ich weiß, ich weiß, wieder mal einen Tag zu spät, meine Güte, aber das muss man mir jetzt mal kurz entschuldigen, ich habe wirklich etwas Urlaubsstress gehabt und ich habe versucht, so gut es geht, das alles zu koordinieren und es hat leider nicht funktioniert. Aber gut, jetzt habe ich keine Zeit mehr für Urlaub, deshalb gibt es jetzt auch keine Ausreden mehr, um irgendwas verspätet erscheinen zu lassen, insofern könnt ihr euch jetzt hoffentlich darauf einstellen, dass alle Videos ab jetzt wieder auch pünktlich erscheinen und selbstverständlich auch der Podcast. Ich bin aus dem Urlaub zurück oder aus den mehreren kleinen Urlauben zurück und ich war unterwegs in Deutschland, ich war unterwegs in Italien, ich war aber auch hier in Österreich unterwegs und habe ganz viel spannende Dinge erlebt und schöne Dinge gesehen und keine Sorge, ich erzähle euch jetzt nichts von meinem Urlaub, das ist nicht so wahnsinnig spannend, viel spannender finde ich das, was mir am meisten aufgefallen ist, als ich die letzten Tage und Wochen so immer wieder mal unterwegs war. Ich habe viele Leute kennengelernt, beziehungsweise getroffen, die es mit dem Bergsteigen ganz anders handhaben, als ich es tue und als es ganz viele andere Leute tun und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern in erster Linie interessant. Anders, damit meine ich vor allen Dingen anders als ich es tue, aber anders auch in dem Sinne, dass ich ein anderes Verständnis vom Thema Bergsteigen habe als diese Menschen. Diese Menschen, die ich so gesehen habe oder die viele davon, die betreiben das Bergsteigen als eine Art Freizeitaktivität, als eine Art Beschäftigung oder Ablenkung des Alltags, denn der Alltag ist für viele Menschen stressig und undankbar. Das Bergsteigen, das gibt ihnen irgendwie das Gefühl, dass es auch etwas anderes gibt. Und manche Leute, und das sehe ich leider immer öfter, das ist so eine Art Krankheit, die sich durch viele Besserverdiener zieht, die eben Workaholics oftmals sind, die verbringen ihre Zeit in den Bergen, um sie abzuarbeiten, die Zeit. Denn sie arbeiten auch den Alltag ab und in diesem Sinne sieht man auch, dass die Menschen hier irgendwie auch immer gestresst unterwegs sind und durchgetaktet und tatsächlich eher mit einem Zeitplan und mit einer Investition und einer Soll-und-haben-Liste, ob sich jetzt eine gewisse Tour lohnt und unter welchen Bedingungen und irgendwie sind diese Leute auch nicht so richtig entspannt in ihrem Urlaub. Aber ich frage mich nicht unbedingt, ob ihnen das dann Spaß macht oder nicht. Ich frage mich nur, warum sie das dann machen. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, warum ich das hier eigentlich mache und während jeder für sich selber einen eigenen Sinn in seinem Tun finden muss und über die Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit des Bergsteigens haben wir uns ja vor kurzem schon mal unterhalten, Da ist es auch interessant für mich zu erkennen, warum oder die einzelnen Gründe, warum es für mich so interessant ist, in den Bergen unterwegs zu sein, egal ob Klettern, egal ob Sportklettern, Felsklettern, Hallenklettern, wenn man das jetzt noch als Bergsport bezeichnen möchte, ja nicht, aber oder auch einfach nur in den Bergen wandern zu gehen. Viel hat mich in den letzten Jahren geprägt. Vieles habe ich erlebt und vieles habe ich gesehen und das alles macht es irgendwo aus. Was mich zu dem Bergsteiger macht, der ich heute bin, aber auch zu dem, was ich heute oder in Zukunft noch sein möchte, was ich noch unternehmen möchte, was ich noch erleben möchte in den Bergen. Es ist wie ein Puzzle. Man hat viele Teile und jedes Mal, wenn man eine Bergtour unternimmt, dann bekommt man ein neues Teil dazu. Man bekommt kein neues Bild, sondern man bekommt eigentlich nur einen Teil eines großen Ganzen, von dem man noch nicht weiß, wie es aussieht oder aussehen wird. Das Spannende an diesem Gedankengang für mich ist eigentlich, dass wir immer unvollkommen unterwegs sind. Denn selbst wenn wir ganz genau wissen, was wir in den Bergen suchen, zum Beispiel einen Gipfel, einen ganz bestimmten Gipfel und den dann erreichen, es werden uns am Weg nach oben so viele Eindrücke überraschen, die wir eigentlich gar nicht erwartet haben, mit denen wir nicht gerechnet haben und die wir eben nicht einkalkulieren konnten. Und das kann auf der einen Seite natürlich auch etwas Negatives sein, wie wenn einem der Schuh auseinanderfällt oder wenn irgendwo plötzlich Steinschlag kommt, wo man es nicht erwartet. Auf der anderen Seite kann es aber auch etwas Positives sein, wenn der Sonnenaufgang doch deutlich schöner ist, als man sich das vorgestellt hat. Oder wenn man vielleicht in der Dunkelheit schon unterwegs ist und das Sternenbild besonders, besonders eindrucksvoll ist. Es gibt also vieles, was in den Bergen nichts zu berechnen ist und genau das macht meiner Meinung nach das Bergsteigen auch, zumindest zum Teil, aus. Für mich hat sich in den letzten Jahren viel Positives und viel Negatives in den Bergen angehäuft. Und das alles trägt dazu bei, dass ich immer noch gerne unterwegs bin. Auch die negativen Dinge sind Teil des großen Ganzen und bringen mich wieder dazu, in die Berge zurückzukehren, um vielleicht auch andere Erfahrungen zu machen, die diese negativen Erlebnisse ausgleichen. Ich glaube nicht daran, dass man ständig nur schlechte Dinge in den Bergen erleben wird und nichts Gutes. Ich glaube, es hält sich am Ende des Tages, wenn wir auf ein Bergsteigerleben zurückblicken, tatsächlich die Waage. Und deshalb dachte ich, dass ich die heutige Podcast-Episode so ein wenig für einen kleinen Rückblick nutzen möchte. Ich möchte mal so ein bisschen davon erzählen, was mir in den Bergen schon passiert ist. Nicht, um euch irgendetwas zu präsentieren, sondern vor allen Dingen, um zu zeigen, wie vielseitig die Berge eigentlich aussehen können und mit was für einer vielschichtigen Natur wir es hier eigentlich zu tun haben. Vielleicht möchte ich diese Podcast-Episode genau so und genau deshalb so machen, weil ich einen Gegensatz bilden möchte. Zu dem, was ich eben jetzt in den letzten Wochen gesehen habe. Dieses reine Abarbeiten von Bergen, diese Beschäftigungstherapie, diese Ablenkung vom Alltag. Natürlich ist das alles ein rechtmäßiger Grund und absolut legitim. Die Frage ist nur, ob es wirklich das ist, was wir brauchen oder ob es nicht viel mehr geben könnte, aus dem wir dann auch noch einen deutlich größeren Nutzen ziehen könnten. Natürlich ist das Bergsteigen eine sportliche Herausforderung. Natürlich kann das Bergsteigen eine Ablenkung von etwas sein und natürlich braucht man solche Dinge manchmal auch. Aber das Bergsteigen, das sollte auch daraus bestehen, dass man Dinge wahrnimmt, die am Weg liegen, die irgendwo links und rechts von einem passieren und die man sich dann merkt. Die Schattenseiten des Bergsteigens sind natürlich, dass es nicht immer ungefährlich ist. Dass man sich auch schnell mal wehtun kann, dass man vielleicht sogar irgendwo abstürzen kann und im schlimmsten Fall auch stirbt. Das passiert jedes Jahr ganz oft und ganz vielen Menschen und dem sollte man sich natürlich auch bewusst sein. Lebensgefährliche Situationen gehören zum Bergsport dann dazu, wenn man sich in menschenfeindliche Umgebungen begibt und diese versucht zu kontrollieren. Die Kontrolle eines solchen Umfelds ist absolut unmöglich. Wir als Menschen müssen es aber trotzdem oftmals versuchen, um selber am Leben zu bleiben. Es ist also eine vermeintliche Kontrolle. Trotzdem kommt es immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen und auch die habe ich schon des Öfteren erleben müssen. Dankbarerweise bin ich heute noch am Leben, offensichtlich, und deshalb bin ich der Meinung, dass ich nicht alles erlebt habe, was man erleben kann, denn dann wäre man wahrscheinlich tot. Aber besonders im Gedächtnis sind mir zwei Szenarien geblieben. Auf der einen Seite ein Szenario, bei dem ich selbst davon betroffen war, auf einem Berg, an dem mir mal tatsächlich ein Stein, auf dem ich geklettert bin, selbst ausgebrochen ist und mich erschlagen hat, mehr oder weniger. Und ich tatsächlich nur an den restlichen festen Steinen im Umfeld mich gehalten habe und gleichzeitig aber der Stein, der ausgebrochen ist, auf meinen Füßen lag und relativ groß war und versucht hat, mich ins Tal zu drücken. Hinter mir ging es tausend Meter in die Tiefe und das war eine Situation, in der ich interessanterweise keine Angst, aber auf jeden Fall die volle Kontrolle über mein eigenes Handeln haben musste. Ich musste ganz genau abwägen, welche Bewegung sich wie auf den Fels, der auf mir liegt, aber vielleicht auch auf die umliegenden Felsen, die ebenfalls nicht sehr stabil waren, auswirken könnte. Ich musste die volle Kontrolle über meine eigene mentale Stärke haben. Ich wusste, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist das definitiv mein Tod. Es gibt keine Alternative als Leben. Das sind Situationen, die prägen sich langfristig ins Gedächtnis ein, wenn man so etwas überlebt hat. Wenn man so etwas überlebt, dann weiß man auch, mit wie viel Glück man manchmal in den Bergen unterwegs ist. Glück, das manche eben nicht haben. Vor einigen Jahren war ich nämlich einmal in einem, das ist mittlerweile wirklich viele Jahre her, in einem Klettersteig unterwegs und wollte eigentlich am Zustieg zum Klettersteig, habe ich gesehen, naja, das Wetter, das ist nicht perfekt, aber es wird schon wahrscheinlich ganz gut aussehen und ganz gut halten. Vor mir, weit vor mir, gingen zwei andere Personen. Diese zwei Personen, ich habe mit ihnen nicht gesprochen, sie waren und blieben auch vor mir und waren eben am Zustieg zu diesem Klettersteig. Als ich zum Einstieg kam, habe ich es schon donnern gehört und in der weiten Ferne habe ich schon Blitze gesehen und ich habe durch die Beobachtung des Wetters mitbekommen, dass das Wetter wahnsinnig schnell in die Wand zog. Und das Problem war für mich, dass ich wusste, dass diese zwei Personen schon in der Wand drinnen sind und ich kannte den Klettersteig, ich wusste, wie lang und schwierig er ist. Die zwei Personen haben es nicht gesehen offensichtlich, denn tatsächlich wurden sie dann über das Stahlseil vom Blitz getroffen. Das ist ein Erlebnis, das ich nicht direkt mitbekommen habe, sondern nur indirekt, denn ich habe es gehört. Und das ist nochmal etwas ganz, ganz Spezielles, wenn man den Tod eines anderen Menschen hört, aber ihn nicht sehen kann. Denn mit dem Sehen können wir es auch irgendwo verarbeiten, was da passiert. Solche Erlebnisse erlebt man über die Jahre öfter. Diese zwei Ereignisse, unter vielen, sind mir deshalb im Gedächtnis geblieben, weil ich auf der einen Seite ein Erlebnis hatte, das ich wirklich ganz direkt am eigenen Leib spüren konnte und auf der anderen Seite ein Erlebnis, bei dem ich nicht verarbeiten konnte, was passiert ist, weil ich nur die Umrisse eines Geschehens vor mir habe. Das ist für mich sehr wichtig, zu wissen, was passiert ist, aber auf der anderen Seite werde ich diese Gewissheit nie erhalten. Und genau das ist es, was mich am Ende des Tages auch lange Zeit noch begleiten wird. Denn das ist, wie gesagt, Jahre her, aber ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Auf der anderen Seite, während Leid, Tod und Gefahren am Berg natürlich Teil des Spiels sind, das wir hier spielen, gibt es auf der anderen Seite natürlich auch noch die spannenden und schönen Momente. Und gerade auf die möchte ich jetzt nochmal kurz eingehen, um ein gewisses Kontrastprogramm darzulegen. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, bin ich nicht oft allein. Früher war ich öfter allein unterwegs, mittlerweile nicht mehr so gerne. Ich finde es schön, wenn immer jemand da ist, mit dem man sich über das Geschehenis unterhalten kann, mit dem man Witze machen kann, die man aber auch irgendwo begleiten kann. Ich bin niemand, der gerne mit den selbsternannten Profis unterwegs ist. Ich bin lieber mit bodenständigen Leuten unterwegs, die einfach gern mal was ausprobieren wollen. Natürlich ist es schön, wenn man unter sich ist, im Sinne der Fähigkeiten und der Kompetenz und weiß, dass alles zu 100% sicher ablaufen wird, keine Frage. Aber es ist auch schön, Leute bei etwas zu begleiten, die das vielleicht noch nicht so gesehen haben. Denn man merkt, mit was für einer Faszination diese Menschen unterwegs sind. Am deutlichsten habe ich das gesehen, als ich mit meiner Partnerin das erste Mal auf über 3000 Metern stand. Ich hatte davor schon Erfahrung, aber sie war das erste Mal auf einem so hohen Berg. Es war damals der Hochfeiler. Der Hochfeiler ist eigentlich kein spektakulärer Berg, wenn ich es aus meiner Perspektive betrachten würde. Ich kenne viele Bergtouren, die für mich deutlich spannender waren. Für sie aber war es ein wahnsinnig eindrückliches Erlebnis. Für sie war es so intensiv, dass sie es heute noch ganz genau weiß. Sie weiß ganz genau, wie es sich oben angefühlt hat, wie es ausgesehen hat. Und währenddessen konnte man ihr die Faszination des großen Ganzen einfach ansehen. Natürlich war es anstrengend. Natürlich war es auch eine gewisse Überwindung. Aber auf der anderen Seite war es definitiv der eine Punkt, der für sie auch den Schalter umgelegt hat, noch mehr in die Berge gehen zu wollen, noch mehr zu erleben. Schön und spannend ist das Ganze deshalb, weil die Leute, mit denen man unterwegs ist, natürlich einen selber auch maßgeblich prägen. Und genau das macht es am Ende aus. Denn sie holen vor allen Dingen die Leute, denen man neue Dinge zeigt. Sie holen einen wieder so ein bisschen auf das Level zurück, dass man die kleinen Dinge einfach wieder besser wahrnimmt, besser spürt und merkt, wie schön solche Dinge eigentlich wirklich sind, wie zum Beispiel auf 3500 Metern zu stehen und die Aussicht zu genießen. Wenn man etwas 10, 100, 1000, 10.000 Mal macht, dann verliert es irgendwann seinen Reiz. Aber wenn man jemanden begleitet, für den das ein wahrlich gigantischer Reiz ist, dann merkt man auch selbst wieder, was für ein Privileg es ist, dass man da oben stehen darf und sich diese Aussicht ansehen kann. Das ist etwas, was auch ein wenig Demut lehrt. Und das finde ich auch in gewisser Weise ganz gut so. Natürlich sind auch andere Dinge in den Bergen wahnsinnig spannend. Die Ausblicke beispielsweise. Wenn ich jetzt beim Hochfeiler bleibe, dann ist es unfassbar, wie weit man sehen kann, wie viel unterschiedliche Berge man sehen kann, wenn das Wetter natürlich passt und mit was für Naturschauspielen man es zu tun hat, wenn das Wetter mal nicht so passt. Ich bin jemand, der vielleicht nicht unbedingt sehr, sehr gerne sehr nass wird, aber ich bin trotzdem gerne bei schlechtem Wetter unterwegs. Wer schon mal in einer tiefen Senke war, als eine Wolkenfront aufgezogen ist, der wird genau wissen, wovon ich spreche, wenn es spannend ist, diese Wolkenschauspiele zu beobachten. Wie Wolken gebrochen werden, wenn sie an den Flanken der Bergen aufkommen, wenn sie sich ganz neu formieren, weil es wärmer oder kälter wird. All das sind Phänomene und Schauspiele, die absolut interessant sind zu beobachten. Und auch da kann man wieder sagen, es sind eben diese kleinen Dinge. Diese Naturschauspiele, die sind etwas, was wir im Gebirge als einzigartig bezeichnen können. In der Großstadt haben wir so etwas nicht. Wir haben es auch nicht im Flachland irgendwo auf Äcker. Natürlich, da gibt es auch ganz schöne Bilder und ganz schöne Eindrücke, aber in den Alpen, das ist etwas Einzigartiges, das ist etwas Besonderes. Auf 3000 Metern, auf 4000 Meter, auf 5000, 6000, 7 oder 8000 Metern wird man immer ganz eigene Dinge erleben, ganz eigene Eindrücke einfangen können, die absolut einzigartig sind. Und das ist etwas, was wir uns definitiv merken sollten. Denn immer, wenn uns diese Naturschauspiele, diese Ausblücke, diese Eindrücke fehlen, dann wissen wir ganz genau, dass nur eins dagegen helfen kann, in die Berge zu gehen. Dafür ist aber die wichtigste Voraussetzung, dass wir bewusst unterwegs sind, diese Dinge bewusst wahrnehmen und darauf achten. Und vor allen Dingen uns auch ein wenig, vielleicht ein wenig, damit auseinandersetzen. Auseinandersetzung ist aber auch gleich ein interessantes Stichwort. Die Auseinandersetzung mit dem Berg ist natürlich etwas, was wir im Alpcast oft besprochen haben, worüber ich in meinem Buch geschrieben habe, womit ich mich einfach oft beschäftige. Die Auseinandersetzung mit dem Berg. Aber die Auseinandersetzung mit einem selbst, die kommt manchmal am Berg vielleicht etwas zu kurz. Am Berg ist es zwar die eine Seite, dass wir natürlich die Voraussetzungen mitbringen sollten, den Berg zu besteigen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch die Voraussetzungen mitbringen, uns selbst zu überwinden. Vielleicht etwas weiter zu gehen, als wir eigentlich wollen. Vielleicht etwas höher hinauf zu steigen, als wir es eigentlich wollen. Und vielleicht etwas schwieriger zu klettern, als wir es eigentlich wollen. Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass man über seine Grenzen hinweg gehen soll und sich in Gefahr bringen soll. Damit möchte ich nur sagen, dass man manchmal in den Bergen Dinge tun muss, um etwas Größeres zu erreichen, die man vielleicht nicht in erster Linie machen würde, wenn man nicht dieses spektakuläre Ziel vor Augen hätte. Die Auseinandersetzung mit einem selbst kann einem aber auch im Alltag und in der Zivilisation unten im Tal wahnsinnig viel bringen. Denn man lernt seine eigenen Grenzen kennen. Man lernt aber auch die Grenzen anderer Personen kennen. Und man lernt auch, wie man mit Menschen umgehen muss, wenn sie sich in absoluten Ausnahmesituationen befinden. Dabei fällt auf, dass jeder Mensch irgendwie anders ist und dabei auch ganz anders behandelt werden möchte, wenn man ihm zum Beispiel helfen möchte. Oder wenn man Hilfe braucht und einem geholfen werden soll. All das ist etwas, was sich der Dynamik des Bergsteigens zurechnen würde. Trotzdem ist es interessant, sich damit zu beschäftigen, wie man in gewisser Weise, in gewissen Situationen reagieren sollte oder könnte oder auch agieren sollte oder könnte. Und es nicht immer der Dynamik des Geschehens zu überlassen. Sich damit zu beschäftigen, wie man selbst am Berg reagiert, wenn man vor neuen Herausforderungen steht, mit denen man vielleicht nicht gewachsen ist oder glaubt, nicht gewachsen zu sein. Das ist etwas, womit ich mich gerne beschäftige, wenngleich es natürlich ein sehr theoretisches Thema ist. Die Auseinandersetzung mit einem selbst am Berg ist aber dann durchaus praktisch. Und genau diese Praxis macht es dann am Ende eigentlich aus und klärt auch gleichzeitig über die Differenz zwischen dem Glauben in der Theorie und den Tatsachen in der Praxis auf. Und wenn wir schon bei den Menschen bleiben, dann können wir natürlich auch über die Mitmenschen sprechen. Der Berg hat sich, oder das Bergsteigen allgemein, hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich, und das haben wir im Alpcast auch schon häufig besprochen, zu einem Massenphänomen entwickelt. Der Berg ist ein attraktives Tourismusziel für die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Gründen. Meine Gründe versuche ich ja eben gerade darzulegen, aber die überschneiden sich ganz oft eben nicht mit den Gründen der anderen. Und das führt manchmal dazu, dass man sich in vielen Punkten nicht einig wird. Manche Leute finden es nicht gut, wenn andere Seilbahnen verwenden, wenn andere mit dem Auto so weit wie möglich nach oben fahren, wenn Leute irgendwelche Dinge auslassen oder überspringen oder sich irgendwie anders einen Berg erschummeln. Andere Leute finden es nicht gut, wenn man sich abquält, wenn die Leute man quasi als rückschrittlich bezeichnet, weil sie nicht alle Optionen nutzen, um leichter nach oben zu kommen. Und so, so entstehen einfach viele kleine Welten, in denen sich die Menschen bewegen und wie sie eben andere Menschen auch wahrnehmen, dass hier auch wieder eine gewisse Dynamik entsteht. Diese Dynamik führt natürlich oftmals zu Spannungen, aber oftmals auch zu schönen Momenten, wenn man merkt, dass wir zwar alle vielleicht unterschiedliche Ideologien und Ansätze verfolgen, aber am Ende des Tages trotzdem alle Menschen sind. Auf Hütten beispielsweise kann man das ganz oft beobachten. Hier treffen so viele unterschiedliche Charaktere aufeinander. Vielleicht der Mann vom Land, der vielleicht irgendwie Bauer ist und dementsprechend eben vielleicht nicht die höchste Schulbildung genossen hat. Auf der anderen Seite vielleicht die Frau, die zwei, drei Masterabschlüsse in der Wirtschaft hat und vielleicht 15.000 Euro im Monat verdient und jetzt hier mal etwas entspannen möchte von ihrem Workaholic-Beruf oder wie auch immer. Hier treffen also ganz verschiedene soziale Schichten. Es treffen aber auch viele politische, unterschiedliche Ansichten aufeinander und dementsprechend wäre das eigentlich der perfekte Nährboden für große Konflikte. In der Realität geht es aber eigentlich sehr gemütlich zu. Am Berg sind wir alle immer etwas erschöpft. Wenn wir auf den Hütten ankommen, dann sind wir meistens nicht voll energiegeladen. Wir möchten hier jetzt nicht auf eine große Konfrontation aus. In Wirklichkeit sind wir ja nur fürs Bergsteigen aus. Deshalb bringen wir gleichzeitig auch viel mehr Geduld für andere Menschen mit. Wenn wir uns mit anderen Menschen auf der Berghütte unterhalten wollen, dann haben wir gleichzeitig eher die Geduld, uns mit ihnen mehr auseinanderzusetzen und sie eher zu verstehen. Und das führt wiederum dazu, dass wir vielleicht ein etwas weltoffeneres Bild erhalten, als wir vielleicht unten im Tal hätten. Das Konfliktpotenzial ist also da, aber die Menschen, sie nutzen es nicht. Und das ist ein großer Unterschied zum Tal. Und das ist für mich persönlich auch etwas Spannendes, da ich hier auch schon viel erlebt habe, was mich eher verwundernd zurückgelassen hat. Verwundernd gar nicht negativ gemeint, sondern in erster Linie neutral. Denn ich habe Menschen kennengelernt, die irgendwo aus Norddeutschland gekommen sind und sich strikt geweigert haben, zu versuchen, mir in verständlichem Deutsch irgendwas mitzuteilen, wenn ich sie was gefragt habe. Menschen aus den Niederlanden, die sich mit aller Mühe probiert haben, irgendwie den österreichischen Tiroler Dialekt anzugewöhnen und das zu einer absurd lustigen Situation geführt hat. Ich habe Situationen erlebt, in denen rechtsradikale Leute Bergsteigen gegangen sind, mit denen ich mich wahnsinnig gut verstanden habe. Nicht obgleich ihres politischen, sondern vor allen Dingen aufgrund ihres Charakters. Obwohl ich eigentlich mit ihrem Gedankengut nichts anfangen kann, haben wir uns trotzdem prächtig verstanden, weil ich irgendwie auch die Akzeptanz gefunden habe, zu sagen, was du denkst und was du in deiner Freizeit tust, ist mir eigentlich egal. Wenn wir uns hier jetzt gut unterhalten können, dann ist das alles, was ich in diesem Moment eigentlich will. Ich kann mit deiner politischen Agenda nichts anfangen, aber vielleicht kann man mit dir ganz gute Witze machen, vielleicht kann man sich mit dir ganz gut über Berge unterhalten. Plötzlich ist alles viel irrelevanter. Plötzlich ist alles viel vielleicht nicht unbedingt egal, aber zumindest rückt das alles in den Hintergrund. Und das ist für mich wichtig. Das ist etwas, was ich oft erlebt habe. Und natürlich geht es auch am Berg um Oberflächlichkeiten manchmal. Manchmal geht es darum, dass die Leute, die vielleicht farbig sind, in den Bergen blöd angesehen werden von den Urbauern, die da oben noch nie jemanden gesehen haben, der nicht weiß und arisch aussieht. Also da gibt es natürlich viel Potenzial für Konflikte, aber auch für unangenehme Situationen im ganz Allgemeinen gesprochen. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, das erlebt man doch sehr selten oder zumindest habe ich es bis jetzt sehr selten erlebt. Anfeindungen in den Bergen, natürlich, sieht man. Man sieht auch, dass Leute, die vollkommen unvorbereitet sind, einen auslachen, weil man eben vorbereitet erscheint und sie glauben, dass sie jetzt hier viel intelligenter unterwegs sind. Natürlich erlebt man diese negativen Dinge. Das sind eben die Tiefen mit den Mitmenschen in den Bergen. Das liegt eben daran, weil so unterschiedliche Fronten aufeinanderprallen in den Bergen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein ganz anderes Beispiel für die Kommunikation zwischen Menschen hervorbringen beziehungsweise hat es gar nicht so viel mit Kommunikation zu tun, sondern mit den Geschichten, die die Menschen mit sich herumtragen. Und das meine ich in diesem Fall wortwörtlich. Eine Geschichte, die mittlerweile, ich glaube sieben Jahre, sechs, sieben Jahre her ist und mich tatsächlich bis heute so berührt, dass ich keinen Satz davon vergessen habe. Ich war in Ostösterreich einst bergsteigen und war auf meiner typischen Hausrunde unterwegs. Das sind tausend Höhenmeter rauf, tausend Höhenmeter runter. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Es ist eine wahnsinnig schöne Wanderung. Man hat oben einen wahnsinnig schönen Ausblick. Und ich traf einen alten Herrn. Der alte Herr, der war im Abstieg. Ich war auch im Abstieg. Ich war etwas zügiger als er unterwegs und ich habe ihn überholt. Am Weg an ihm vorbei ist mir aufgefallen, dass er zwei Bergschuhe mit sich herumgetragen hat. Hinten am Rucksack. Er hat aber selber Bergstiefel angehabt. Er war ausgerüstet, wie so ein typischer Mann in den 60ern, vielleicht eben in den Bergen ausgerüstet war. Ein Lederriemenrucksack, die Lederstiefel an den Füßen und so eine kurze Hose, so ein bisschen Jeans-artig, also jetzt nicht hoch, modern. Ein Flanellhemd und einen Hut hatte er auf. Er war wirklich unterwegs, wie man sich eben einen Bergsteiger in den 60ern und 70ern vorstellen würde heute. Ich habe ihn gefragt, warum er mit einem Ersatzpaar Schuhen unterwegs ist. Er hat ja sehr, sehr robuste Schuhe an den Füßen und dann trägt er nochmal diese extrem schweren Bergstiefel an seinem Rucksack außen mit einem uralten Materialkarabiner befestigt mit sich herum. Und da blieb er stehen und hat mir eine wahnsinnig spannende Geschichte erzählt. Als er seine Frau kennengelernt hat, ging er mit ihr einmal die Woche auf den Berg. Einmal die Woche, Sommer, Frühling, Winter, Herbst. Jede Jahreszeit, jedes Wetter, aber einmal die Woche musste es sein. Und es war auch so. Jede Woche ging er einmal auf den Berg. Nun war der Mann, ich würde sagen, 84, 85 Jahre alt und er hat mir erzählt, dass er mit seiner Frau 60 Jahre verheiratet war. Das heißt, 60 Jahre lang ging er einmal die Woche mit ihr auf den Berg. Jedoch ist sie einige Jahre zuvor verstorben. Und er konnte es aber nicht auf sich sitzen lassen, dass seine Frau jetzt nicht mehr auf den Berg gehen wird. Deswegen hat er die Bergschuhe seiner Frau genommen, sich an den Rucksack gehängt und geht seither trotzdem einmal die Woche auf den Berg und nimmt seine Frau quasi mit. Als er mir das erzählt hat, war ich tatsächlich zu Tränen gerührt. Es ist eine Geschichte, die man so im Tal von einem fremden Menschen niemals hören würde. Es ist eine Erklärung auf eine ganz einfache und kurze Frage, die so viel bedeutet und die so wahnsinnig tiefsinnig ist. Man würde sie so im Tal, wenn man beim Supermarkt mit jemandem spricht, nicht einfach so hören. Am Berg entsteht zwischen Menschen eine ganz besondere Dynamik. Am Berg entsteht zwischen Menschen eine besondere Verbindung, die es in der Stadt nicht gibt. Im Zweifelsfall sogar zwischen den gleichen Personen. Am Berg sind wir uns einfach irgendwo näher. Wir sind per du, nicht per sie. Wir kennen uns nicht, aber irgendwie kennen wir uns doch. Wir fühlen uns verbunden durch ein Thema, wir fühlen uns verbunden durch eine Leidenschaft, die so stark ist, dass wir sogar intimste Dinge miteinander teilen, obwohl wir uns eben eigentlich am Papier nicht kennen. Dieser Mann war beeindruckend. Ich habe ihm meinen größten Respekt dafür ausgesprochen, dass er mir das erzählt hat. Aber vor allen Dingen, dass er eine Tradition zusammen mit seiner Frau weiterführt, die so unfassbar schön ist, obwohl seine Frau eben nicht mehr lebt, dass ich es einfach nur rührend fand. Natürlich könnte man das Ganze entwerten, indem man sagt, das ist ja kompletter Blödsinn, aber es ist einfach rührend. Das ist etwas, was das Bergsteigen für mich ausmacht. Es ist eben viel mehr als nur Sport. Es ist viel mehr als nur eine Ablenkung vom Alltag. Das Bergsteigen ist eine Beschäftigung mit dem Berg, eine Beschäftigung mit der Natur, eine Beschäftigung mit der Umwelt, eine Beschäftigung mit sich selbst und eine Beschäftigung auch letztlich mit den anderen Menschen. Nicht alle Erlebnisse in den Bergen sind schön. Nicht alle Erlebnisse in den Bergen sind es wert, erzählt zu werden. Und viele Dinge möchte man vielleicht auch nicht erzählen, weil sie so etwas Besonderes im Positiven wie auch im Negativen sind, dass man sie am liebsten nie wieder rauslassen möchte. Viele Dinge möchte man einfach für sich behalten. Aber genau das ist es, was eine Tätigkeit so besonders macht. Wenn wir so eine starke Verbindung zu ihr haben, dass wir uns tatsächlich auch im Nachhinein, wenn sie vorbei ist, mit ihr nochmal auseinandersetzen. Wenn ich hier heute zu Hause sitze und über diese Dinge spreche, egal ob in einem Alpcast oder mit meiner Partnerin zusammen, dann weiß ich, dass ich hier einer Leidenschaft nachgehe, die so viel wichtiger ist und so viel größer als irgendeine andere Alltagsbeschäftigung. Deswegen ist das Bergsteigen für mich keine Ablenkung vom Alltag. Es ist so viel mehr wert als das. Natürlich ist das alles subjektiv. Natürlich kann, und das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, das Bergsteigen für einen nur eine Ablenkung vom Alltag sein. Es kann einfach nur eine Freizeitbeschäftigung sein. Aber es könnte für jeden Menschen, und da bin ich mir sicher, für jeden Menschen so viel mehr als nur das sein. Wenn ich einmal die Woche auf denselben Berg gehe, dann kann das für viele Leute unfassbar sinnlos erscheinen. Aber wenn ich meine Frau auf diesem Berg kennengelernt habe und mit meiner Frau seitdem immer dort unterwegs war und mit meiner Frau auch dort oben geheiratet habe und meine Frau auf diesem Berg gestorben ist, dann verbindet mich mit einem Berg so viel mehr als mit jedem anderen Menschen auf der Welt, abgesehen vielleicht von meiner Frau. Und das alles macht eine Tätigkeit. Das macht kein Mensch. Das macht keine Organisation. Das macht keine Firma. Das alles haben wir uns selbst in unserer Beziehung zu einem Berg, zu einem Haufen von Erde, Schutt, Schotter und Fels selbst aufgebaut. Und das ist meiner Meinung nach Bergsteigen. Bergheil.